Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Letzten in der Insel der Schmerz 47. Und in diesem Part war der Riccardo tot. Rest in Riccardo. Oder Rest in Peace. Oder, ja, nee, Rest in Riccardo hört sich schon besser an. Aber auf jeden Fall, meine Freunde, hier ist irgendwo der Alien. Und ich muss jetzt, glaube ich, hier runter. Und hier ist es gerade irgendwie so leise. Das war doch irgendwie lauter, als ich ausgemacht habe, oder? Oder habe ich da irgendwas vergessen? Äh, hallo? Die Batterie von DualShock 4 ist fast leer. Aber es fängt eigentlich schon mal gut an. Okay, ähm, ich habe irgendwie Angst. Aber wisst ihr was? Ich schaffe das. Weil ich die Amanda bin. Ich nehme alles zurück. Psst, ich glaube, ich habe was gehört. Nee, du hast nichts gehört. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich knall dich ab. Ich schwöre es dir. Alles in Ordnung. Fehlerlaut. Oh, so ein Loser. Der denkt, er hat mich gesehen. Aber er hat mich eigentlich gar nicht gesehen. Okay. Ja, eigentlich schon. Aber, ach, bin ich wieder behindert heute. Aber okay. So, meine Freunde. Ich habe schon wieder die ganze Steuerung vergessen. Willkommen auf meinem Kanal. Ähm. Warum habe ich diesen Aufwand nochmal angenommen? Boah, der killt den jetzt. Komm schon. Hey, Alien. Ach, du Scheiße. Der ist so im Rausch. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Oh, bitte. Lass mich. Nee, geh weg. Geh weg. Alles in Ordnung. Ja, macht. Ah ja, der killt die jetzt alle. Der killt jetzt. Was? Ist doch jetzt tot. Der Elke ist gestorben. Ne, der kann ja gar nicht sterben, oder? Außer wenn er mein Gesicht sieht. Ähm, okay. Ich geh jetzt raus, oder? Ich hab keinen Plan. Schöne Leute, so machen wir das. Einfach warten, bis die alle tot sind. Okay. Oh Leute, hab ich nachgeladen. Ah! Okay, scheiß drauf. Ich laufe jetzt einfach gerade aus. Ist mir jetzt scheißegal. Oh nein, da kann ich nicht weiter. Das ist doch wieder richtig schön. Okay, ganz ruhig. Ich geh jetzt wieder zurück. Da ist doch kein Alien. Doch, da ist einer. Wenn der jetzt hier reinkommt, dann bin ich am Arsch. Dann bin ich sowieso am Arsch. Wenn ich den Flammenwerfer schieße, dann rennt er weg und dann kommt er wieder. Ich bin am Arsch. Das war's. Und ich, ich, ich will immer dich lieben. Aber meine Stimme ist halt wunderschön, Alter. Meine Fresse. Direkt zu der ist der es. Okay, der läuft weg. Der läuft weg. Das ist gut. Dann kann ich weiterlaufen. War da vorne gerade jemand. Ich hab so ein schlechtes Gefühl. Hallo? Scheiße, Mann. Ist der da? Ich glaub, der hat mich g'sehrt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das war's. Ganz ruhig. Lauf weiter. Der hat mich vielleicht jetzt irgendwie aus dem Auge verloren. Wenn alles gut läuft. Komm schon. Ich hab alles im Griff. Ganz ruhig. Gott sei Dank sind hier Treppen. Gott sei Dank. Du Hurensohne. Es fängt wieder richtig gut an. Ich hab so ein Gefühl, das wird jetzt ein Part. Aber okay. Lassen wir uns einfach überraschen, hä? Wir sind ja auf meinem Kanal. Da ist alles möglich. Okay. Ganz ruhig. Ich hab alles im Griff. Irgendwie, wieso stirbt eigentlich jeder, dem ich begegne? Ricardo ist tot. Wie heißt der eine? Schwulman oder sowas? Coolman? Keine Ahnung. Der Schautod. Die Taylor ist tot. Der Marlo ist tot. Der Adolf ist tot. Und er lebt noch. Und es lädt irgendwie ewig. Ein Isolation. Danke. Liebe Entwickler für das Spiel. Es hat mir viel Freude bereitet. Und es bereitet mir immer noch Freude. Okay. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Jetzt mal marsch. Okay. So, leck mich doch. Ich laufe jetzt einfach lang. Ermöglichen Sie der Torrens das Andocken. Ach so. Okay. Stimmt ja. Aber wieso muss ich dann genau hier zurück? Ich hab auch keine Heilung. Fuck. Wurrensohn. Ganz ruhig. Hey Rüdiger. Will deine aus dem Mund? Okay. Au. Au. Alien. Alien. Helf mir. Alien. Alien. Du Wurrensohn. Ich glaub, der ist tot. Oder er hat grad ein Hühnchen gegessen und der Stränder steckt. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, meine Freunde. Der Part wird langweilig. Hab ich so das Gefühl. Weil wir immer an der gleichen Stelle sind. Und jetzt lädt's wieder eine halbe Stunde. Okay. Okay. Jetzt komm schon. Bitte. Ich hab keine Zeit mehr. Hallo. Hallo. Ja, der leck mich doch am Arsch. Meine Fresse. Okay. Warten wir einfach. Ich hab ja Zeit. Komm. Schwarzer Bildschirm. Das unterhält euch, glaub ich, richtig gut, meine Freunde. Aber besser als gar nichts, oder? Da seht ihr mein Gesicht so. Jetzt muss ich aufstoßen. Wieder ein perfekter Moment. Ich ess immer vorm Let's Play irgendwas, damit ich die ganze Zeit rülpsen muss, alter. Keine Ahnung wieso. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Ich weiß einfach nicht. Okay. Vielleicht haben wir hier irgendwas. Ach, hier kann ich doch das Tor schließen, oder? Nee. Hm. Ich hab keinen Plan. Hier liegt auch nix mehr. Hier liegt einfach nix mehr. Wie soll ich das schaffen? Ich hab doch keinen Plan, Leute. Wie soll ich das machen? Das geht einfach nix. Komm. So eine Scheiße. Ich hasse sowas. Ah! Das war's. Das war's. Du Horensohn! Und wie schmeck ich? Bestimmt noch Missgiburt. Aber okay. Ich hab's nicht. Okay. Was ist das? War irgendwie klar, dass er auf mich geht. Der Soldat steht draußen. Vor dem Alien, der zu seiner Türe, wo er reingekommen ist. Aber er killt mich. Weil ich nicht missgiburt bin. Irgendwie werde ich von jedem gemobbt. So hab ich's grads Gefühl. Aber okay. Alien, find's lustig, hä? Und jetzt lädt's wieder. Ich rausch gleich aus. Oh Baby, all I wanted is to make you smiling, 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 oh Baby, all I wanted is to make you, äh, is to see you smile, okay, aber ich kenn den Text halt. Egal. Oh, der Wurensohn. Fick deine Mutter. Aua, wenn jetzt der Alien kommt, dann bin ich wieder am Arsch. Ich fick den auseinander. Was? Frohes Nice, ja. Ich rausch gleich aus, aber okay. Es läuft alles nach Plan. 34 Stunden später, es geht weiter. Okay, so. Schoko, Schokolade, Schoko, Schokolade, Schoko, Schokolade, 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 Schokolade. Ja, Schokolade. Ich hab jetzt grad so keinen Hunger mehr, aber auch Schokolade eben. Hä? Hat er mich gesehen? Die Missgeburt. Kann ich da vielleicht rein? Geht es? Ist das möglich? Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Ich hoffe nicht, dass ihr das hört. Ist ein bisschen augenlaut, aber okay, Amanda. Ist okay, Amanda. Los, Amanda. Schneller. Okay, komm schon. Mach die Scheiße auf. Ich habe doch keine Taschenlampen-Batterie mehr. Ich bin irgendwo runtergefallen. Hallo? Houston. Wo bin ich hier? Hä? Leute, ich habe gerade irgendwie so ein Gefühl, dass ich hier noch nie war. Hier ist gar niemand. Wenn der Arjen kommt, ich bin so am Arsch. Kann ich mir vielleicht jetzt Heilung machen? Nee, mir fällt noch was. Ich glaube, der Arjen kommt, Alter. Okay, Leute. Wir sind am Arsch. Schnell versteck dich hier. Scheiße. Scheiß drauf. Hey, hier ist noch jemand. Ich bin so am Arsch. 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 Kill den Typ. Nicht mich. haa ha 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 das läuft doch noch blöd scheiße ok jetzt sind wir am Arsch nein und dann verbrenne ich mich wieder selber nein oh nein wie scheiße kann man ja nicht sein jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen es wird heute nichts mehr ich sie es kommen es wird heute einfach nichts mehr fertig wir können alle Nacht tanzen du bist meine Mangerie und ich hab keine Ahnung wie es geht man so ein scheiß Lied alter aber gut jetzt äh kein Plan wie ich es machen soll ich weiß nicht mehr ob der Typ da jetzt steht ich könnte für eine Zigarette töten und ich könnte für deine Mutter töten äh ne halt es war jetzt irgendwie falsch oh nein nein ich will doch wieder rechts rein ich bin noch an der Missgeburt ok ganz ruhig das sieht mich nicht das sieht mich nicht das sieht mich nicht weil er schwul ist der schwul das sieht mich nicht der schwul das sieht mich nicht ha ha das habe ich wirklich nicht gesehen oh mein gott so ein loser und dafür wird er bezahlt ok ich weiß nicht ob er dafür bezahlt wird aber Läuft der weg? Leute, Leute, das ist meine Chance. Yes! Oh, Baby! Baby, Baby! Oh, Scheiße. Jetzt hat er mich gesehen. Hat er mich jetzt gesehen? Hat er mich jetzt gesehen, der Schwanz? Der Schwanz hat mich, glaube ich, jetzt gesehen. Oh, nein. Das war's. Das war's, Leute. Ich gebe auf. Nee, ich laufe ganz langsam. Der Alien kommt jetzt und killt den, nicht mich. Weil er schießt. Okay, der ist tot. Hallo? Alter, killt gerade alle. Okay, schnell. Auf der Pist, dich doch. Was willst du eigentlich? Scheiß drauf. Ich wollte einfach weg. War das richtig? Ich wollte einfach weg. Das war mir egal. Ich wollte bloß nicht sterben. Das war mir eigentlich egal. Ich fahr einfach wieder hoch, wenn das falsch war. Ähm. Vielleicht war's sogar richtig. Man konnte ja nie wissen. Aber okay. Ähm. Ich muss die Torrens irgendwie andocken an die Sevastopol. Das wird bestimmt voll lustig. Und ich glaube, ich habe A-N-Isolation bald abgeschlossen, meine Freunde. Nur was kommt danach? Das ist die Frage. Ähm. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht GTA, so ein, also nicht die Story let's playen soll von GTA 5, sondern einfach mit einer Freundin, also die heißt Elaine und die können theoretisch mitspielen GTA 5 und das wird vielleicht lustig. Also wenn ihr wollt, also seid ihr interessiert daran, dass ich mal GTA 5 let's playe, irgendwie. Oder nicht. Oder soll ich Hannah Montana spiele? Ich habe zwei Möglichkeiten. Aber okay. Jetzt gucken wir mal, wo ich hin muss. Wahrscheinlich wieder einfach zurück. Aber gut. Wieso sind eigentlich alle gestorben, denen ich begegnet bin? Wirklich, jeder ist gestorben, jeder. Und ich bin jetzt nur noch alleine. Ich sehe es nicht ein. Vielleicht finde ich ja einen neuen Freund. Die Wachen sehen immer so nett aus. Mit ihrer Waffe und mit ihrer Rüstung. Hm. Das Alien ist nicht die einzige Betroger auf der Station. Ja, das habe ich gemerkt. Es gibt auch noch die missgebürtigen Simons. Aber gut. Sorry, falls meine Stimme heute irgendwie scheiße ist. Ich rede heute so wenig rüdigerisch. Keine Ahnung. Liegt vielleicht an, dass ich fast die ganze Zeit kotzen muss. Aber gut. Aber gut. Jetzt komm schon. Ich habe keine Zeit mehr. Der Kreis da unten regt mich so auf. Sonne, Mond und Sterne. Ich hau dir eine in die Laterne. Baderbumm. Okay. Ha. Wunderschön, oder? Was ist denn heute los? Wieso lädt denn das so lang? Ah, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Warte mal einfach. Komm. Ich erzähle mal eine Geschichte. Und jetzt geht's los. Oder? Es war einmal... Alien Isolation. Da war ein Alien und er war ein Missgeburt Ende. Geh zu! Das habe ich noch nie geschafft. Guckt euch das an. Hä? Was ist passiert? Oh, okay. Ich habe im richtigen Moment Start gedrückt. Nein, wieso stand jetzt? Ich kam in eine Missgeburt. Da steht eine Wache und sie ist schwul. Aber wisst ihr was? Ich bin ein Spurgerät. Es läuft bisher alles nach Plan. Es läuft alles nach Plan. Es ist tief. Du Notenkind. Du Sohn. Einem. Ah! Hat dem nichts gemacht? Was? Oh, sexy Lady. Komm her, mein Schatz. Ja! Ja! Und jetzt gehen wir ins Wunderland. Und dann heißen wir einen pinken Muffin. Und dann? Dann reiten wir auf dem Pferd. Und bringen deine Fettemutter um. Ich raschle aus. Du Notenkind. Du Sohn-Item. Wie viel Pech kann man nicht haben. Gerade dann läuft der Spass darunter. Schießt mich noch in dem Moment ab. Weil es ja nichts besseres in dem Moment gibt, als mich abzuschießen, obwohl der Alien da steht. Aber okay. Aber okay. Aber okay. Aua, mein Schienbein. Aaaaaaah. Der Controller ist echt hart. Ja. Es liegt sehr lang. Das sind wir ja gewöhnt. Mittlerweile. Oder meine Freunde? Und das geht los. Und wir laufen. Und wir machen die gleiche Scheiße nochmal wie vorher. Ermerklichen Sie wieder Torrens das Andocken. Ne, ich sterbe sowieso. Also ist eigentlich egal. Scheiße. Okay, okay, okay. Ja, dreh dich um, du Spaß. Und jetzt läuft schön dahin. Jetzt laufe ich wieder geradeaus. Weil das lief doch gar nicht so schlecht eigentlich. Das lief eigentlich ganz gut. Okay. Ich sehe nichts. Ich habe, guck mal, ich habe keine Heilung. Ich habe keine Munition. Ich habe, äh, keine Taschenlampenbatterie. Ich bin ein Mist geworden. Okay. Wisst ihr was? Wie hat er mich jetzt gesehen? Wie hat dieses Arschgesicht mich jetzt gesehen? Und wie schießt er mich gerade ab? Der Hurensohn. Ne, ich rasch gleich rauskomme. Was? Oh. Seidebacher, Müsli. Das ist was Guts. Das tut auch dir gut. Oh, es geht weiter. Oh, wer hätte das gedacht? Billie Jean, up my hand. Billie Jean, ich habe keinen Plan, wie der Text geht. Aber ich sing's einfach, weil's mir Spaß macht. Äh. Dö, dö. Billie Jean, du Hurensohn. Lauf doch einfach weiter, du Schwuchtel. Ich reiß dein Penis raus. Okay. Okay. So, meine Freunde. Wir machen's. Wie sonst auch. Irgendwie scheiße. Mit Glück und mit ganz viel Dusel. Aber ich habe eh kein Glück. Ich hatte bisher zwar immer Glück, aber jetzt gerade irgendwie nicht. Ja, okay. Was heißt, ich hatte bisher immer Glück? Eigentlich hatte ich nie Glück. Nie. 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 Yes. Hey, Zwerge. Hat er mich gerade gesehen? Oder war der gerade einfach bloß schwul? Ich glaube, er war einfach schwul. Wisst ihr, manche Leute können einfach geschlagen. Oh, ich habe Angst. Oh, es ist mir egal. Okay. Der hat alle Umpracht, glaube ich. Oder ganz viele. Okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Doch, ein bisschen. Wo ist mein Flammenwerfer? Nein, nicht die Pistole. Miranda. Miranda. Amanda Miranda. Was jetzt unfair wäre, wenn der Ayan jetzt wirklich hier hochkommen würde. Das wäre so unrealistisch. Aber okay. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Komm zu mir, ich fick deine Mutter. Wollt ihr mich verarschen? Okay, jetzt sind wir richtig gefickt. Jetzt sind wir richtig gefickt. Beeil dich. Amanda, bitte. Bitte. Einmal in deinem Leben. Einmal. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit mehr. Schnell. Ich habe irgendwie Angst. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ganz ruhig. Scheiße. Oh. Bin ich hier richtig? Da war was. Das ist meine Scheiß-Chance. Das ist meine Scheiß-Chance. Da. Bitte. Bitte. Ich kann es nicht glauben. Übertragung. Ich bin so glücklich. Es ist unbeschreiblich. Ich habe es geschafft. Es gibt tatsächlich Leute, die haben das schon auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Ohne zu sterben. Das waren bestimmt so ganz dicke Japaner oder so. Jetzt ohne Witz. Es kann kein Mensch schaffen. Und Japaner sind keine Menschen. Nein, Spaß. Alles gut. Falls ihr Japaner seid, wenn ihr halt Pech geht, ermöglichen sie der Torrens das Andocken. Aber ich würde gerne speichern. Ja. Oh. Yes. Okay, Leute. Ich beende den Part hier. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn nicht, dann... Ja, mir hat er auch nicht gefallen. Also ist okay. Also bis dann. Ciao. Und... Frohe Weihnachten. Ne, das war scheiße. In dem Moment wusste Daniel, dass er eine Missgeburt ist. Ich bin dochHoldf. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020